Was für ein Fest! Prinz Christian feierte seine Volljährigkeit am 15. Oktober 2023 mit einem üppigen Bankett. Die Mitglieder der königlichen Familie trafen sich mit ihrem Freundeskreis. Es wurde geschlemmt, gelacht und getanzt. Natürlich gab es auch Geschenke für das Geburtstagskind. Doch auf einen Herzenswunsch wartete der zukünftige dänische Thronfolger vergeblich. Dieser Meilenstein ist für jeden jungen Menschen ein lang ersehntes Ziel, mit 18 Jahren steht ihm die Welt offen und die Freiheit, das Leben auf eigene Faust zu genießen. Für Prinz Christian bedeutet der besondere Tag anlässlich seiner Volljährigkeit nur eines, Hofhalten, wie es sich für ein Königreich in zweiter Linie nach dem dänischen Thron gehört. Aber tief im Inneren hat der Sohn von Prinz Frederik, 55, und Prinzessin Mary, 51, vielleicht auch auf etwas gehofft, das auf der Wunschliste vieler Teenager in seinem Alter steht, ein Auto. Prinz Christian, der Unglücksraube, Gericht bricht Tradition. Seit Juni hat der König seinen Führerschein in der Tasche. Aber ein richtiges Auto haben Papa und Mama ihm noch nicht vor die Tür gestellt. Aus gutem Grund, bis zu seinem Geburtstag dürfte der Prinz laut Gesetz nur in Begleitung eines Erwachsenen über 30 Jahren fahren. Für dieses begrenzte Fahrvergnügen reichten Limousinen aus dem Fuhrpark von Papst Friedrich aus. Doch zum freudigen Datum dürfte Christian insgeheim ein kleines Wegelchen in der Einfahrt erwartet haben, und das nicht zu Unrecht, denn auch sein Vater konnte erwarten, dass er mit der Volljährigkeit ein eigenes Auto bekam. Doch mit Geschenken dieser Art ist es am dänischen Hof vorbei, die Tradition wird nicht mehr überall fortgesetzt. Wenn der Prinz ein solches Geschenk erhalten würde, müsste er es ablehnen, fand die schwedische Zeitung Svensk Dampnin heraus. Heute akzeptiert das dänische Königshaus keine Autos, heißt es weiter. Eine herbe Enttäuschung für das Geburtstagskind. Trostpflaster? Ein großes Geschenk von König Harald. Trotzdem ging Christian nicht mit leeren Händen nach Hause. Der norwegische Monarch erteilte ihm sogar eine besondere Ehre. Seine Majestät König Harald V. von Norwegen hat seiner königlichen Hoheit Prinz Christian das Großkreuz des königlich-norwegischen Sankt Olaf Ordens verliehen, verkündete der Osloer Palast auf seinem offiziellen Instagram-Kanal. Die Auszeichnung wurde ihm offenbar in seinem Namen von Prinz Hakon, 50, überreicht, der mit Prinzessin Mettemarit, 50, und ihrer Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra, 19, zu einem festlichen Empfang für seinen Patensohn in Kopenhagen gereist war. Prinz Frederik und Prinzessin Mary geben eine alternative Überraschung. Die Verleihung des Ordens war jedoch keine Überraschung, wie Caroline Waagl, Königsexpertin bei SAOGHR, erklärt, es ist Tradition, dass die norwegischen und dänischen Monarchen den jeweils anderen Thronfolgern den höchsten nationalen Orden verleihen, wenn sie das Erwachsenenalter erreicht haben. So erhielt auch Prinzessin Ingrid Alexandra im Alter von 18 Jahren von Königin Margrethe den Elefantenorden, den sie bei Christians Feierlichkeiten zum ersten Mal einsetzte. Nun wird man gespannt sein, wann er zum ersten Mal die Gelegenheit bekommt, seinen norwegischen Auftrag zu erfüllen. Christians Enttäuschung darüber, dass ihm ein mobiles Geschenk verweigert wurde, wird sich im Laufe des Abends jedoch schnell legen. Seine Eltern und einige Freunde hatten eine ebenso schöne Überraschung für ihn vorbereitet, und nach dem Bankett auf Schloss Christiansborg ging es im großen Saal von Schloss Amalienborg weiter. Unbezahlbare Erinnerungen, die das Auto kaum bewältigen kann.